halli hallo hallöchen mein lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu wwe 2k 16 hier wieder unser kleines wwe king of the ring turnier mit dem lieben revano ja hallo war bereit zum metzeln mal gucken wir mal heute kriegen und sein gegner natürlich der onkel also ich so sagt es aber ja sagt es aber erwartet und ja würde ich sagen vier ja drückt okay dann habe ich gleich eine figur die ich nehmen kann und ich kann mir wählen dieses dieses gesicht fest habe ich nicht was ist das für ein komischer man hier habe ich den lass mich kurz schauen habe ich auch nicht jawoll habe ich schon gehabt lalalalala habe ich auch nicht krasse scheiße jetzt geht's los langsam den ganzen märchen hier habe ich auch schon gehabt habe ich nicht habe ich auch schon gehabt habe ich nicht habe ich schon gehabt bei wie oft ich jetzt drücken was habe ich auch schon gehabt da ist was neueste da ja sauber ich habe ein okay da würde ich sagen 32 1 zeig mal muss auch drücken ja schuldigung ich wusste auswählen sorry ich wusste noch macht ja nix aber liebe leute 86 94 und dem wenn ich dir den wegkau dann ärgerst du dich bestimmt oder richtig jetzt muss ich mir alles geben leute das wird ein harter kampf da wird der onkel ins schwitzen kommen weil jetzt werde ich alle unfairen tricks alles was geht benutzen aber ich spiele mit ich bin mit dir legen wir los ich muss dich von deinem namensvetter da muss ich dich vernichten lassen mit dem mit ja mit dem ja was habe ich dir gesagt von ja mit dem ok verzeih mir es wird spannend stonecoats da na na ich muss dich weghauen ne scheiße es wird hart kommt leute ich muss den aus dem aus dem game box das wird hart ok diesmal ja gut alles klar geht es direkt los hier ok ok la 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 bing guck mal es hat hier sogar lebensenergie abgezogen geiles sache hier mega geil ok ich hatte überhaupt kein ja geil geile aktion und auch kacke ja scheiße schönes ding echt schönes ding ja das ist immer am anfang ist das echt toll ich mag diese moves am anfang wo man dann hier so was macht ja das ist um dich raus zu hauen aus dem punkt weißt du schön erstmal die beinkehle weggedrückt hier dann verpasse ich dir nochmal ein kostet dich ja ein bisschen lebensenergie nein ja du hast den punkt gehabt ich weiß ich habe das ja von dir gelernt ja das wirst du ich bin immer bereit oh scheiße schönes ding ja und jetzt geht es los hier schönes ding jetzt werde ich den stonecoat erstmal den glatze polieren da habe ich mir natürlich mal wieder was ordentliches eingebuddelt jetzt hier ja ich habe einen move gemacht und du machst einfach hier gar nichts also du lockst einfach aus und der zeigt mir die ganze mittelfinger die sau so ist er der kleine wilde papa mein gott hörst du jetzt blockst du jetzt mal endlich na geht doch and it could get to the trouble yes schöner move und er haut direkt ab so gefällt mir das der angsthase verlässt den ring na komm geh nochmal weg komm ja komm doch ist das schön ach der kann gar nicht übers seil springen okay das können nur die ganz dünnen oder diese flinken hände Oh, da zeigt er wieder Mittelfinger, die Sau. Ja, dann mach ich auch mal Move. Ein bisschen hier aufpowern hier. Ach jo. Nee, nee, nee. Mit mir nicht. Okay, mit mir doch. Ja, mach doch nicht. Warum auch? Ich weiß auch nicht, warum er jetzt gerade nichts macht. Ah. Hm. Sehr schön, ja. Dead dude, dead dude. Ah, zu spät, okay. Oh, uh, ja, der Stone Cold. Wenn der einen auf die Fresse haut, dann blutet das ab und zu schon mal. Alter. Dann blutet das ab und zu schon mal ein bisschen. Ach komm, du blockst doch selber allen Scheiß. Guck dir das an. Wer sagt was anderes? Ja, ja, du wolltest doch gerade wieder meckern. Ich hab das doch schon gerochen. Nö, du wolltest meckern. So, mein Freund. Jetzt gibt's... Ach, jo. Hallo. Ach so, ich kann nicht. Ich kann nicht. Das wird echt schwer für mich, liebe Freunde. Der Stone Cold, der ist, äh, mit seinem kleinen Tattoo am Bein, ist jetzt schon ein ganz schönes Tier. Ah. Was ist er aber? Ach, hast du schon einen Finisher zusammen? Ach, das gibt's doch gar nicht, ey. Wir haben doch gerade erst angefangen zu zocken, ey. Ist das jetzt so, weil der so gut ist, oder was? Dass der jetzt schon direkt, äh, sowas bekommt? Der Wahnsinn, ey. Meine Fresser. Ist echt krass, dass du jetzt schon einen Finisher zusammen hast. Hallo, ich bin hier. Ach, er kommt doch überall raus, ey. Es gibt's gar nicht. Jeden einzelnen Move, den man macht, kommt der hier mit seinem Körper raus. Warte, Clothesline, sagt er. Ja, 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 warte, Clothesline, kenn ich. Mann, 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 Mann. Ach Gott, er aber auch hier. Aua. Ja, 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 ja. Hm, ja, schön, ja. Gefällt mir. Gefällt mir alles, was du da machst. Mhm. Trace. Gefällt mir. Gefällt mir alles, wundervoll. Ach, der kommt, ey, das gibt's, das gibt's einfach nicht. Egal, was der macht, der kommt überall raus. Was war das jetzt? Boah, schönes Ding, schönes Ding. Das war der Finisher, ne? Mhm. Hast dich selbst verletzt. Boah, du bist noch grün, ey. Leck mich am Arsch. Meiner ist schon so fertig mit der Welt. Ja, und ich sag noch, ich geb alles, aber der Typ, der kann irgendwie nix, ey. Vielleicht ist er noch ein Anfänger, ich weiß es nicht. Aber habt ihr gesehen, der hat ein paar Moves gemacht, schon hat er seinen Finisher fertig gekriegt. Das ist schon echt krass. Boah, schön. Schönes Ding, ey. Ach, komm. Das ist hetzig. Ich hab jetzt extra sogar gewartet ein bisschen und trotzdem kommst du noch raus, ey. Ist doch echt scheiße, sowas. Na, mein Signature weggemacht. Ja, das ist halt jetzt gegen Stone Cold, ne? Normalerweise hätte das Match hier gegen Triple H auch so ablaufen müssen. Ja, ja, eine schon, aber da war mal, da war alles innerlich nicht so. Aber jetzt mit diesen komischen, man weiß nicht, wann man drücken muss, ist das schon echt heftig. Aber guck, du blockst jedes einzelne Ding, da bin ich sofort, und ich kann nix mehr machen dann, weil meiner hat nur einmal Blocken drauf, das ist zum Kotzen, ist das. Hm. Ah, das ist echt scheiße. Warum macht denn der das nicht? Ach, komm. Ach, ich hab da auch gedrückt, aber meiner hat der einfach zu schwach, ey. Das gibt's gar nicht. Ich hab auch X gedrückt hier zum Angreifen, aber nein, das zählt natürlich nicht, wenn ich drück. Warte, nochmal dagegen, danke. Na, komm. Warum macht der denn den nicht jetzt? Oh, gehst du jetzt mal weg? Mann. Aua. Erstmal eine Gewischstier. So mag ich das. Mann, er ist total erschöpft und fertig mit der Welt. Und kommst du da raus, natürlich? Nee, er kommt diesmal nicht raus. Dass ich das neu erleben darf, glaube ich ja gar nicht. Das glaube ich ja alles gar nicht. So. Das glaube ich alles hier gar nicht. Ach jo, das war mir so klar, Gott sei Dank, hab ich den nicht eingesetzt. Tja. Der ist noch so fit, der Typ. Im Kotzen. Tinky. Ach komm. Gibt's nicht. Der Konter hat alles. Das ist Wahnsinn, das ist... Schön. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Komm jetzt hoch da. Beweg deinen Kadaverkörper. Er fällt erstmal hin. Oh, ist das schön. So, komm mal hoch da. Stone Cold Glatzenkopf. Der ist auf jeden Fall schon cool. Das muss man ja lassen. Ja. Schön gegen den Pfosten. Ich muss die erstmal ein bisschen bearbeiten hier. Ein bisschen. Ein bisschen muss ich dich jetzt verarbeiten. Verarbeiten. Na komm mal hoch da. Mein Gott. Ach jo, das war ja klar. Das war ja super. Das war ja super geil von mir wieder. Kannst du jetzt mal aufhören? Ja, dass ich dich da weggeworfen hab und du mich dann... Ich wollte dich nämlich so schön treten wie du mich, aber meiner, der lässt dich... Der lässt das... Du blockst natürlich. Papp, papp, bong. Mein Kopf tut weh. Mann, ich will den Stone Cold raushauen. Klar, aber nicht mit Christy wahrscheinlich. Nein. Bing. Schönes Ding. Ach komm. Gibt's nicht. Du drückst du aus Zufall jetzt. Geht den Move. Ja, du drückst gar nicht mehr. Ach so. Aua, ich krieg die Hucke voll. Der Stone Cold rastet aus. Merkt das schon. Oh oh. Ach joa. Er legt sich schon auf den Tisch. Voll auf den Tisch geprügelt, ey. Wahnsinn. Ah, das ist jetzt... Wollt auch. Der macht immer so lange Moves. Du 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 du. How much Damage. How much Damage. Ah. Und ich hab noch gedrückt. Mann, da ist Fetty mit der Welt. Hm. Ja, natürlich. Aber ja. Bing. Ah fuck. Naja. Au. Ach, das bringt mir doch gar nichts. Ah joo. Ach ne. Krieg ich wieder die Fresse voll hier. Boah. Ja, ja, ja. Hm. Ach Mensch, was macht denn der? Ja. Versteh ich nicht. Ba 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 ba. Ich versteh das auch grad nicht, was du da so machst. Hm. So, mein lieben Freund, das wird auf jeden Fall wieder ein hartes Match hier. Merkt ihr schon? Ich bin ja echt so ein gequälter hier. Ich komm überhaupt nicht mehr auf die Pette hier. Ach komm, ich hab doch gedrückt. Das gibt's gar nicht. Der sammelt sich hier die Finisher zusammen. Das ist der Wahnsinn hier. Der Typ, der ist so Fetty mit der Welt. Warum ist der überhaupt zu WWE gegangen? Der ist hier ganz falsch. Die ganzen Mutanten hier. Oh. Na, hallo. Oh, Mann. Nein. Ah, Gott sei Dank, ey. Ich hab schon gedacht. Bong. Ich will die ganze Zeit diese Verschäferung machen. Das Problem ist, ich kann Moves machen, wie ich will. Ich kann alles machen, was ich will, aber du kommst, egal was ich drücke, der kommt raus. Oh, jetzt werde ich wieder verdroschen hier. Ich hab schon ganz dicke, fette, rote Abdrücke am Rücken. Weil du mich immer so schlägst, du. Du früh. Na klar war es, es ist zu spät. Oh. Und er kann letztendlich schon wieder die komische Stange knutschen, da. Oh, oh. Oh, ist er nicht normalerweise tot? Hat er sowas echt mal gemacht? Hält doch kein Mensch aus, sowas. Oh, Mann, ey. Da freut der Onkel sich, ey. Da freut der Kleine sich hier, wenn ich hier so einen Scheiß abgehe. Ja, ich krieg auch alles ab jetzt hier, oder? So. Klasse, ey. Der Stunner am Tisch, genau. Ich hab natürlich auch nicht gedrückt. Nein, warum sollte ich ja drücken? Alter Schwede, normalerweise müsste schon auf meinen Augen zwei Kreuze sein. Aber... Nicht schief. Hm, ja, ja. Ich hab das, das gleiche hab ich auch immer hier. Aber meiner will ich auch nicht packen, das ist ja das Schlimme. Oh, Mann. Hm. Oh, na. Komm mit, steh auf, Mann. Sei mal ein Mann. Ja, du sagst ja auch schon, steh auf. Aber der kann das einfach nicht, weil der einfach zu müde ist. Der ist einfach zu... Was machst du denn? Er rennt gleich hin und will den Schiedsdrehen. Guck mal, wie schwach und der ist... Der ist fertig mit der Welt. Der Brostenheimer, der dreht sich gleich und dann singt der fröhliche Lieder. Der kommt ja gar nicht mehr hoch. Ja, danke für die Hilfe. Outsch. Na klar, na klar, na klar, na klar, na klar, na klar. Zu ein Penner. Zu ein Penner. Zu ein trägiger Penner. Komm jetzt, komm. Das war mein Finisher. Nein, nein, nein. Das ist doch unmenschlich, sowas. Dacht der noch Penner, ey. Nein, nein, nein. Nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Komm bitte weg. Weg, weg. Scheiße. Scheiße. Das Gesicht von Onkel, wie er da gerade guckt, so, oh, wie jetzt? Was? Aber, aber jetzt siehst du mal so. Du hast ja eigentlich gewonnen. Meine lieben Damen und Herren, der Christian hat gewonnen. Alles das, Herr Lieds. Jetzt habe ich dir zwei Finisher. Jetzt weißt du mal, wie es mir gestern ging. Ich hatte noch drei Finisher. Ja, ich hatte, wollte alle eins jetzt, Onkel setzt alle seine ein. Ich weg. Und jetzt, er hat mich die ganze Zeit, im ganzen Match, hat er eigentlich die Oberhand gehabt. Ich habe überhaupt keine Chance gehabt. Egal, was ich gemacht habe, er meinte, er war sofort erschöpft und müde. Jetzt habe ich ein Konter gemacht, zwei Finisher hintereinander rein. und ist der Onkel noch an diesem Computer und er hat ja schon alles weggeschmissen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist nur Stone Cold. Was ist denn los? Du hast mir jetzt alle rausgeschmissen, die mir auch was betöten. Geil, oder? Ah, herrlich, liebe Leute. Weil ich, ich war glaube ich dran, ne? Nein, ich war dran. Ne, ich? Nein, nicht. Weil ich nämlich gesagt habe, ne, du, oder? Du gesagt, ich weiß nicht mehr. Ja, liebe Freunde, dann ist meinst du gut aus. Sag mal, Unkel, lass das Publikum teilhaben. das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt verkackt ich dieses. Redet mal ein bisschen lauter, bis gerade voll leise, bis zu vom Mikro weg. Nein, ich bin direkt vom Mikro. Jetzt bist du wieder laut. Was gerade voll leise? leider, 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 leider. Scheiße! Naja. Hahaha. Ah, das tut richtig gut, äh, Unkel, ich hab grad den Glatzkopf entfernt. Fuck. Ah, das sah so geil aus, wie du mich da gegen den Rind posten. Ich sag ja, normalerweise wäre ich schon längst K.O. Ich wäre schon weg gewesen, durch den Tisch gestunnt. Du hast draußen, finde ich, du hast mich die Bande gepresst. Du hast meinen Kopf zermatscht. Du hast mich, ja, durch den Tisch geprüft. Du hast mich die ganze Zeit gemopst und gehauen. Du bist tausendmal mein Gesicht gesprungen, hast draufgeschlagen. Ja, normalerweise wäre der Christian eigentlich schon, wäre das Gesicht schon nach hinten gewandert. Naja, ich bin zufrieden. Boah. Das war jetzt endlich mal wieder ein guter Sieg für mich, das tut gut, das gefühlt meine Seele und so kann ich auch gut schlafen. Oh. Und wie fühlt man sich so ohne Stone Cold, Onkel? Wie man sich auch eine Undertaker und Triple H fühlt. Du ist Sack. Und schön Sina ist ja auch noch raus. Und wie fühlt man sich ohne Rock? Ja, wie man sich halt auch mitdrehen, den man mag. Jetzt muss ich dir noch rennen, die Orten wegschnappen und dann bin ich glücklich. Boah, ey, das ist der letzte Mann, den ich jetzt hier noch unbedingt weiterhaben möchte. Den werde ich zerstören. Ja gut, dann komm, lass uns auf die Hände, Das war's ja. Ja, okay, alles klar. Dann, liebe Freunde, dann war's das für heute. Spannendes Match. Ich hatte so lange die Oberhand und ich hatte es so fertig gemacht und am Endeffekt konnte du mir auch es macht zwei Finiöer und macht mich fertig. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Aber naja, okay, das so soll es sein und ja, dann bis morgen. Ciao. Ciao.